Jetzt mach da noch Löcher rein. Sonst funktioniert das doch nicht. Er nimmt seinen Schlüssel dafür. Das wäre jetzt mein Mittelfinger. Okay, das geht auch nicht. Er nimmt seinen Mittelfinger. Oder seinen Finger. Seinen elften Finger. Er nimmt einfach seinen elften Finger. Der kommt nur bei ganz speziellen Sachen zum Einsatz. So, haben wir. Zwei Löcher mit einem Finger. Können nur Profis. Können nur Profis. Gehen wir rein. Der Teil kommt durch. Ich nehme einen Stock. Gibt es ja zur Genüge. Da haben wir einen Stock. Den wickeln wir das jetzt. Fangen wir drum herum. So, der Stock hält das Ganze fest, wenn ich dran ziehe. Gleiche machen wir jetzt bei der anderen Dose auch noch. Die große Dose ist dann für Hörbehinderte. Hörbehinderte. So. Verdammt heifer Tag heute. Nehmen wieder. Stopp. Machen wir das Gleiche nochmal. Das Dose-Telefon. Kameramann, nimm mal. Ich bin der Hörbehinderte. Hörst du mich? Ja, ich... Ja, ich höre dich. Funktioniert. Jetzt nicht. Ja, jetzt nicht, weil es nicht auf Spannung ist. Was war das? Was war das? Es waren nur ein paar Frische. Ah, Frische. Also, man kann ein Dosentelefon machen.